So, hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Sleeping Dogs, hier mit dem Dog Ellie. Wir spielen heute so ein bisschen und hauen den da erstmal voll direkt in die Fresse. Komm her, du blöde Schlampe! Yeah, so geil. Okay, gut, ich spreche mal lieber auf der... Was guckst denn du, Mann? Hör mal die Tür auf hier, komm her, komm her. Kann ich hier nicht rausholen? Hm, anscheinend nicht. Na gut, okay. Wir rennen eine Runde. So geil. Gut. Du kannst mir irgendein Fahrzeug geben. Das zum Beispiel. Weil wir ja so viele haben. Genießen sie es, solange es geht. So, wir haben diesmal drei Stück, oder? Drogenrazzia. Drogenrazzia. Drogenrazzia haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt. Guck mal, hier, da ist direkt eins da. Hup! Mein Resist. Nennennennene. Immer diese Kameraeinstellung, die sich nicht richtig bewegt. Ähh. Knapp. Whiii. Oh. 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 Autsch. Voll in die Fresse. Naaaaah. Nennennennenn. Nein, ich will nicht. Verpasst euch. Ich kann sowieso nicht hören. Achso, wir sind schon da. Komm, zieh den Helm ab, Mann Danke Oh Oh Tja, die stört das gar nicht Hallo Was? Alle Schläge am Treffpunkt eliminieren Boah Der hat mir voll eine runtergehauen Nochmal Pa, pa, pa Okay, komm los Okay, gut Boah Oh Sag mal, dieser Fettsack hier Oh ja Schön gemacht So, gut, okay Okay Oh, 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 oh Ja, komm her Yes, sir Boom Voll in die Fresse, Mann, Alter Okay, und zack Der ist platt Oh Da hat mir vorher eine Fresse Okay Warten wir mal drauf hier Willst du dich keiner mit mir andenken? Komm her Jetzt reicht's mir, du blöder Sack, Mann Jetzt reicht's Boom Boah Boah, der bricht hier Riecht sich den Rekord Was denn hier Weg Oha Boom Boah, ist eine schöne Grafik jetzt gerade Seht ihr das hier Mit der Spiegelung Vom Wasser und so Okay, 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 okay Jetzt müssen wir Zah Ça va Warum kommen hier immer mehr Schläger hier? Autsch Hat bestimmt wehgetan Jetzt verpissen die sich Alter, komm hier raus Komm hier raus Na gut, geht nicht Okay, dann machen wir wohl mal die nächste Ups Lauf Aja Zu Was ist das da unten? Achso, das ist ein Club Okay Da will ich aber gar nicht hin Jetzt stört mich halt immer noch Ah, okay, es geht Es geht War nicht gut, aber es geht Hühnchen Hahnenkampf Ja, das will ich mir mal angucken, ne So, wir klauen uns ganz Achso Wir müssen hier eine Kamera hacken Und die ist Tja, wo ist denn die hier? Ich weiß es nicht, wo diese Kamera ist Wo geht denn das hin? Ich würde sie ja hacken, wenn ich wüsste Wo Wo ist denn dieser blöde Kasten? Dieser blöde Kasten Oh, was ist das? Ein Regenschirm Okay, okay Wenn wir hier mit Anlauf vielleicht da hoch springen oder so Ach ne, guck mal hier Da geht doch das Kabel entlang Da hoch Okay Immer noch eins höher Jetzt sehe ich die Leitung nicht mehr Äh Leitung Ist this a joke? Äh Was war das denn? Zum Teufel, warum springst du da runter? Bist du verrückt? Gut Okay, da ist Weiterhin die Leitung Da hinten Ah ja Okay, gut Sehr schön Reach Ach, das ist jetzt wieder so blöd hier Okay, wir machen Eins Zwei Drei Vier Und drücken mal Enter Die Eins ist richtig Falscher Wert Falsche Position Okay, also das muss schon mal hoch gemacht werden Wir machen mal hier die Vier Und die Fünfen Und hier die Zwei Aha Sieben und die Acht Sehr gut Acht Ha So, musste gerade mal ein bisschen husten Mal wieder Ich habe nämlich immer noch eine Erkältung Ich kriege es einfach nicht gebacken Mich auszukurieren Zah Ähm, ja Voll eine Runde gefallen Komm, lauf Komm, es kann nicht so schwer sein Hallo Oh Mann Was passiert, wenn ich jetzt auch steige? Halt die Fresse Okay Hat funktioniert An, an, an An Boom Was, ein hässliches Auto Ups Ja, ich hab gehört, in China fahren die nix anderes. Das muss doch sein. Wui. Bob. Ah. Gut. Äh. Was treibt denn der da? Nimm das Telefon aus der Hand, wenn ich hier laufe, Mann. Sonst geht's dir, oder? Krass. Guck mal hier. Halt die Fresse. Ups. Ja, meine Tür ist auch einfach offen. Überwachungssystem benutzen. Ja, lauf doch. Warum kann ich nicht rennen? Markierten, wie auch immer, finden. Zack. Das ist denn... Ist das denn... Oder das da? Ich meine das da. Verwittungsaufbau. Okay, wer dealt hier die Drogen? Hm. Aber wiederholt sich das immer wieder? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Nein. Wer ist das? Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Oh, kann ich wieder in dieses Ding hier einsteigen? Lass mich da ins Auto. Hm, okay. Dann rutsch halt mal voll über die Motorhaube. Alter Rutscher. Und wir gehen hierher. Huah! Zah, zah. Ich mach dich kaputt. Ich schwör's dir. Hier. What can I do for you? Huuhu. Autsch. Äh, ja, geiler Move. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Was? Wie? Du hast mir grad was angezeigt. Was hab ich genau gesehen? Da, Massage. Schärft ihr Sinn und füllt das ansehen, Anzeige. Oh, das machen wir. Ich hab' etwas, was dir speziell. Warum bieten nicht mir ein Pferd und ich zeige es dir. All right. All right. I could use a little stress relief. Okay. I tell all my customers, they're amazing. Ich hab' etwas Angst. Pum! Du hast mir das Geld abgezogen, du blöde Schlampe. Das war sauschlecht, Mann. Hast du Kraft, hä? So, weiter geht's. Ich hab'n. Hex-Sex. Hex-Sex. Hh-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Du hast mich gerammt, blüder Sack. Du willst sterben! Oh, du kannst, der Wagen kostet dann noch was. Ei, ei, ei. Wert HK, okay, gut. Dann sollten wir vielleicht... ...unfallfreie Fahrt. Ist das ein Spaß? Hallo? Es ist schon hier... ...oh, Mann, das ist irgendwie beleidigend. Unfallfreie Fahrt. Hallo? Oh, wieso kann der es nicht selbst parken? Job erledigt! Yay! Oh, es sieht aber hübsch aus, die Garage hier. Sehr hübsch. Guckt euch mal diesen Fettsack hier an. Wieso kann ich den nicht angreifen? Boah, Alter. Jetzt kriegt er vorbei, Seitenschläge. Au. Verdammt. Verdammt. Es geht nicht, hallo? Der verprügelt den. Ja, Pech. Uh, was ein Auto. Das Auto ist jetzt mir. Du, 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 du. Okay. So. Dann haben wir hier überall noch diese... ...Kamerakacke. ... ... Okay. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.